Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu World of Warcraft Legion in der Beta. Mein Name ist der Ed von Edgaming.tv, schön, dass ihr dabei seid. Und ja, ich habe euch jetzt in 8 Parts schon den Krieger vorgestellt in der Beta und jetzt vor kurzem war es dann möglich, dass man sich jetzt den Dämonenjäger mal anschauen kann. Und den würde ich euch jetzt gerne auch präsentieren. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich spiele das hier komplett blind momentan. Wir gehen mal auf neuen Charakterstellen. Es sei darauf hingewiesen, Dämonenjäger können nur als Nachtelf oder Blutelf gespielt werden. Ich zeige euch das mal in weiblicher Version, auf Seiten der Allianz, auf Seiten der Horde. In männlich, auf Seiten der Allianz und auf Seiten der Horde. Wir gehen wieder zurück und ich würde sagen, wir starten mal. Hautfarbe, ähm, ja, da machen wir jetzt kein großes, äh, drumherum. Aber, die Tätowierungen, die sind neu. Und das kann auch nur der Dämonenjäger. Die schauen wir uns mal komplett an. Na, ohne ist auch doof. Das ist too much, finde ich. Können wir mal rumdrehen. Auf dem Rücken hat er auch. Cool. Das hat mal hinten, okay, nice. Das hier finde ich gar nicht mal schlecht. Oder das hier. Oder dann doch eher das Dezentere, was man dann wahrscheinlich eh kaum sieht. Wir nehmen das hier. Sieht ganz cool aus. Tätowierungsfarbe können wir auch ändern. Geil. Wow. Das ist krass. Aber cool. Nehmen wir das oder nehmen wir Rot? Ach, komm, wir nehmen Rot, oder? Sieht cool aus. Hornart kann man auch ändern. Kein Horn. Mächtiges Horn. Kleineres Horn. Das sieht ein bisschen doof aus. Wir nehmen mal hier so eins. Schön groß. Augenbinden. Darf man auch wählen. Okay. Das Ganze geht auch ohne Augenbinden. Okay. Nice. Gute Auswahlmöglichkeiten. Ich entscheide mich hierfür. Wie nennen wir uns denn? Was meint ihr denn? Ähm. Na komm. Wir nennen uns mal Krisch. Knack. Ich glaube, das ist ganz gut. In der Hoffnung, dass es noch geht. Ja. Und man startet mit Level 98. Und ich bin sehr gespannt. Was uns jetzt erwartet. Okay. Entdeckt Mardum. Ähm. Okay. Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt erwartet. Krasses, krasser Waffen. Schau mal. Was ist das hier? In Geistersicht. Gestattet es euch Gegner und Schätze durch physische Barrieren hindurch, sowie durch Verstohlenheit und Unsichtbarkeit zu sehen. Hält zehn Sekunden lang an. Aha. Okay. Schattenmimik. Das kennen wir ja. Teufelsrausch. Stürmt vorwärts. Setzt alles auf euren Weg in Brand und verursacht Chaos-Schaden. Dämonenbiss. Greift schnell und verursacht... Schnell an und verursacht 8000 körperlichen Schaden. Äh. Chaos-Stoß schlitzt euer Ziel auf und fügt ihm 17500 Chaos-Schaden zu. Kritische Treffer stellen 20 Jezorn wieder her. Aha. Jezorn scheint die... Die, ähm... Ja, die, die... Quasi die Wut des, äh, Dingsbuts zu sein. Ähm. Sageras Schlüsselstein ist das Kernstück meines Plans gegen die brennende Legion. Er ist auch euer einziger Weg zurück. Findet ihn und kehrt zum schwarzen Tempel zurück. Okay. Wir sollen ihn finden. Da vorne gibt's ein Quest. Sieht echt krass aus hier. Bin mal gespannt. Dann zeig mal her. Azaroth darf nicht fallen. Mhm. Die Invasion beginnt. Die Angriffstruppen unserer Dämonenjäger sind hier. Sie sind bereits im Gefecht gegen die Legion. Krashnark hisst voller Stolz unsere Flagge und lasst sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Ich will die Furcht in ihren Augen sehen. Tötet 15 Dämonen und taucht das Banner der... Was? Und tauscht das Banner der Legion aus, um den Graf der Verzweiflung einzunehmen. Graf? Nee, gerade. Äh, gibt... Oh, gibt blaue Schuhe? Gleich mal 680er. Lasst euch nicht von der Macht der Art Fürst Elidon gehört. Sucht den Schlüsselstein. Okay, tun wir. Damit können wir jede Welt der Legionen angreifen. Sogar Argus. Tötet sie alle! Oh, geil. Mit Schwingen. Das ist geil. Das ist cool. Wie macht man das? Ah, okay. Wie Angriff beim... Dämonen getötet. Okay. Das war, glaube ich, jetzt nicht der Sinn der Sache hier. Ich wollte doch gar nicht. Naja, gut. Machen wir hier die Viecher platt. Scheiß drauf. Die Glühungen sind nicht schlecht. Sie sehen nice aus. Aber ob die schon final sind... Oder ob das nur... Das kann ich nicht angreifen. Nein, sind nicht... Sind nicht die... Ähm... Legendaries. Okay. Ja, ja. Ist ja in Ordnung. Naja, jetzt Dings sollten wir ja nicht... Na, komm. Bam. Nice. Gefällt mir bisher ganz gut. Natürlich spielt jetzt alle Welt den Dämonenjäger. Ist klar. Komm. Zeig mal, was ich fang. Na los. Und doch gleich mal die Geister sichern. Wie das ausschaut. Okay. Cool. Mit dem grünen Zeugs hier. Nice. Nicht schlecht. Irgendwas hat mich angegriffen. Komm. Hauen um. Das ist meiner. Hau ab hier. Die Mobs klauen. Ich spiele. Aber nicht schlecht. Cool. Gefällt mir gut. Diese optische Sicht. So. Zack. 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 Einen Moment bitte. Weiter geht's. Mal gucken, was hier noch so ist. Da oben sind noch welche. Wir müssen noch vier Stück killen. So. Zeig mal, was ich kann. Okay. Was? Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Wir brauchen noch zwei. Na komm. Was haben wir denn da? Wie still, Mutter? Okay. Ausstoß. Okay. Das ist zu weit entfernt. Keine Ahnung. So. So. Ich habe alles geopfert. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Und wir geben das mal ab. Na komm. Okay. Austritt der Idari. Und wir brauchen den Rest unserer Idari-Truppen. Toaktiviert. Falls wir uns nicht wiedersehen, sterbt wohl. Aktiviert alle drei Portale und ruft den Rest unserer Streitmacht herbei. Neue Füße. Ich schlage eine Schneise durch die Dämonen und treffe euch im Vulkan. Ja, okay. Ich komme mit. Lasst uns ein paar Dämonen. Nach vorne. Zack. Wir wurden viele Seelen geopfert. Der Mechanismus. Ich gehe vor und suche Alari. Ich überbringe euch ein Geschenk. Von Fürst Illidan persönlich. Hm. Meine Truppen gehören euch. Okay. Wir werden beim Aufbau der Vulkanstellung helfen. Teufels-Säbler. Aschentungen! Vorwärts! Geil. Geiles Vieh. Ähm. Weiter. Greift die Legion im Tiefland an. Okay. Machen wir doch. Wurde da gerade eines der Portale aktiviert. Ich will einen Lagebericht. Sofort! Okay. Okay. Wir greifen mal an. Na. Weiter geht's. Sucht Alari im Südosten. Ist das hier? Hier herüber! Nein, lieber. Die Maschinen besudeln alles mit Teufels-Energie, was sie berühren. Äh? Also, ob da nicht kommt. Äh, sie sind eh, sie sind eben vorbeigekommen. Nicht unsere Vorstellung zum Kämpfer. Doch sie haben sich früher bereits erst mit sich erwiesen. Okay. Was habt ihr aufgegeben? Lass sie frei. Okay. Okay. Inquisitor. 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 Ich begebe mich zum Stift, und sobald ich auf diesen Dämonen fertig bin. Äh, speist den Tor-Aktivator der Region mit einer Seele und öffnet damit einen Weg für uns drücken. Ich treffe euch am Tor, an der geschmolzenen Küste. Ah, was haben wir denn hier? Einen Schatz? Teufels-Kristallfragmente. Okay. Äh, b-b-b-b-bam. Krasse Nummer hier auf jeden Fall. Geile Umgebung. Fällt mir schon ganz gut. Optisch. Alter. Alter Falter. So, was haben wir hier? Ah, das Ding können wir wieder aktivieren. Ich lasse das nicht zu. Seelengeschliffener Schlüssel. Oh, hat der einen? Ich werde euch alles vernichten. Okay. Hast du mal einen? Jawoll. Okay. Dann können wir da das Ding aufmachen. Ja, komm. Sioner Nacht lief. Niemand wird mich jemals wieder an. Wer hat da der Qual? Ja, komm. Zeig mal, was du kannst. Ah. Meinst du nicht? Nee, ich habe das noch ein bisschen anders. Kann ich nicht angreifen. So. Teufelssäbler. Husch, husch. Was ist da oben? Was? Gigantische Höllenbestie. Oh. Das sieht ein bisschen heftig aus. Was ist das hier? Der schwer verwundete Mystiker hält sich nur noch mit letzter Kraft am Leben. Ich bin so gut wie tot. Tut, was getan werden muss. Seele geopfert. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Okay. In Ordnung. So. Lass mal schauen. Wir sehen uns beim letzten Tor. Ja. So, da können wir auch was mitkommeln. Elidari-Champion, wir sind die Echsen-Narbe. Fürst Elidari-Champion benutzen die Portale. Inquisitor Seelus-Schmalz. So. Ich nehme an, wir haben einen Schimpfsmont. Gehen wir. Na komm. Ich bin außerreichbar. Nee. Noch ein Vulkan. So, wir brauchen noch Isal Weißmond und Manetel-Lupb. Nee, nicht Blup-Lupb, sondern Düsterstern. Mal gucken, wo die ist. Ich bin hier, um euch zu helfen. Okay. Na, dann mach mal. Komm. 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 So, komm. Ich will auf meinen Säbler. Bestie hier. Äh. So. Wo geht's denn hier lang? Was ist denn das jetzt hier? Da unten. Ich renne hier einfach durch. Ich renne hier einfach mal auf. So. Gleich haben wir's. Äh. Schwupp. Super. Ähm. Bäm. Und bäm. Das kann ich nicht angreifen. Also, bis jetzt gefällt er mir ganz gut, der Dämonenjäger. Gar nicht mal schlecht. Muss ich ehrlich sagen. Was ist denn hier jetzt los? Äh. Komm. Verpiesel dich. Du bist kein Wundbutter. So. Zack. Wo ist jetzt mein Freund und Kupferstecher? Ah. Da. Schläger der Morg. Mal gucken. Wo es hier reingeht. Geht bestimmt irgendwo rein. Diese Schmerzen. Sag ich doch. Sag ich doch. War das Teil noch kaputt? So. Hallöchen. Ähm. Jetzt fehlt nur noch der... Inquisisator. Mal gucken, wo das sein soll. Greift die Lige wohl im Tiefland an. Da unten. Okay. Ich muss näher ran. Ich muss näher ran. Na komm. Na komm. 70%. Entfernt. Irgendwo da muss der sein. Ich sehe eure Geheimnisse. Ich sehe eure Geheimnisse. Na komm. Zack, zack, zack. Ich bin außer Reinen. Ach. Hör auf zu labern. Ha. Jetzt wirft der mit Steinen. Na gut. Gleich ist er her. Okay. 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 Haben wir. Sehr schön. Was ist das? Augenstrahl. Überzieht alle Gegner direkt vor euch mit 22.086 Karoschaden. Aha. Augenstrahl erzielt immer kritische Treffer. Oh, geil. Cool. Mal gleich mal austesten. Ach ne, wir brauchen hier erstmal ein bisschen Zorn. Okay, cool. Das hat was. Bist du hier? Gigantische Hüllenbistchen. Damit legen wir uns noch nicht an. 75 Prozent. So. Okay, komm. Zack. 77 Prozent. Oh ja, da vorne ist doch gut was los. Oh. 80 Prozent. Ah, der hat eine ganze Armee auf sich bezogen. Ich bin auf der Reichweite. Na, komm. Ich muss die Reichweite. Ja, komm. Das ist nicht euer Schilder. Na, komm. 82 Prozent. Das ist zu weit entfernt. Da ist noch was. Hallöchen. Komm her. Komm, du komischer. Und wo du da bist. Ich muss zuerst etwas anvisieren. da, 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 da. Ich bin außerhalb. Dieses Ziel kann ich nicht mehr. 90 Prozent. Gleich geschafft. Teufel-Säbler. Teufel-Säbler. Er ist tot schon. Schlecht. Für uns. Alles überfarmt. Schlimm. Schlimm, 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 schlimm. 92 Prozent. Komm schon. Viel kann es doch nicht mehr sein. Jawohl. Das hat doch mal gesessen. Okay. Bonus-Ziel abgeschlossen. Wir reiten jetzt gern Hause und versuchen das Quest abzugeben. Und dann sind wir für heute mit diesem Part auch durch. Aber keine Sorge. Das geht natürlich weiter. Da braucht ihr euch gar keine Sorgen drum zu machen. Nur es ist dann ein guter Abschluss für heute. So. Lasst sie frei. Seelengeschmierter. Schieß mich tot. Brustschutz. In blau. Falls wir uns nicht wiedersehen. Augen auf das Ziel. Sterbt wohl. Ich habe alles können. Was habt ihr aufgegeben? Schließt das Ritual ab und spioniert die Anführer Religion aus. Denkt immer dann. Benutzt den Tegel, um das Ritual abzuschließen. Okay. Aber erst in der nächsten Folge von World of Warcraft Legion Beta. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben. Denkt ans Feedback, ans Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Euer Ed von Edgaming.tv Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.